Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ich bin zu sehen und zu hören. Wir haben jetzt 8.05 Uhr. Ich sollte also pünktlich sein. Ich sage jetzt mal guten Morgen in die Runde. Ich habe schon die Stefanie gesehen, den Marc, den Ralf, den Jürgen, Rick, Heiner, Petra, Mario. Also wieder die altbekannten Gesichter. Freut mich, dass ihr so früh schon auf seid. Der Tim ist da. Gerry ist da. Mein Porsche Taycan Mann. An dich ein ganz spezielles Guten Morgen. Vielen Dank für das Video. Hat mir sehr gut gefallen. Die Schlappen sind natürlich auch wieder am Start. Den Grund, warum wir heute den Stream machen, ist, dass es aus Genf diverse Pressekonferenzen gibt. Auch von Autoherstellern, die mich persönlich interessieren. Und das möchte ich heute in ein paar Streams dann live hier auf YouTube auch kommentierend begleiten. Ich hoffe, es ist auf Deutsch. Aber es könnte auch sein, dass sie auf Englisch sind. Dann versuche ich auch, simultan so ein bisschen mit zu übersetzen. Zumindest die wichtigen Sachen. Wobei ich im Wesentlichen die Klappe halten möchte und mir die Pressekonferenzen wirklich mit euch zusammen anschauen will. Und die eigentliche Pressekonferenz heute von BMW beginnt um 8.15 Uhr. Das heißt, wenn ihr das Gesabbeln nicht wollt, dann springt jetzt einfach 10 Minuten nach vorne, weil da sollte dann, wenn alles pünktlich läuft und alles klappt, dann auch die Pressekonferenz in Genf beginnen. Gut, ich wollte euch aber auch dann schon mal auf was hinweisen. Denn es gibt auch eine interessante Nachricht zu VW. Denn elektroauto-news.net berichtet jetzt, dass VW sich endgültig von Erdgas- und Brennstoffzelle abwendet. Das heißt also, diese alternativen Antriebe werden nicht mehr weiter verfolgt. Das ist auf jeden Fall interessant. Und deshalb interessiert mich auch besonders oder interessieren mich besonders die Pressekonferenzen von Volkswagen und der Volkswagen-Töchter. Also Skoda hat heute eine Pressekonferenz. Ich gucke gerade noch mal. Also wir haben um 8.50 Uhr Skoda. Da habe ich auch einen Stream vorgesehen. Um 9.10 Uhr ist dann schon Volkswagen. Da muss ich dann schnell wechseln. Audi ist um 9.50 Uhr. Also ihr seht, es geht hier Schlag auf Schlag. Und dann habe ich mir noch vorgenommen, Hyundai ist um 11.45 Uhr und um 12 Uhr ist iWaze. Da hätte ich auch direkt hinfahren können, weil das ist nahe Stuttgart, findet das heute statt. Da habe ich auch eine Einladung bekommen. Aber das war mir jetzt ein bisschen zu aufwendig, dort hinzufahren. Deshalb habe ich darauf verzichtet. Okay, ich gucke jetzt aber erstmal, was ihr auch im Chat dazu schreibt, was euch besonders interessiert. Also wie gesagt, für mich besonders interessant, was Volkswagen letzten Endes sagen wird. Denn das wird interessant sein, ob sie auch da schon sagen, jawohl, keine Weiterentwicklung mehr, auch von Benzinern und Dieseln zum Beispiel. Das wäre dann natürlich nochmal ein echtes Pfund. Bisher nur Erdgas und, was heißt nur, Erdgas und Wasserstoff. Ich denke, wir werden von BMW da andere Aussagen jetzt in der ersten Pressekonferenz sehen. Denn BMW ist ja technologieoffen, wie sie es so schön bezeichnen. So, ich gucke erstmal in den Chat. Wo bleibt der Rhön-Adonis? Schönste YouTuber Deutschland, habe kein Bild. Sagt der Roland Funk. Jetzt müsstest du eigentlich ein Bild haben, Roland. Aber ein Rhön-Adonis wird heute nicht kommen, nur ich bin heute da. Aber die Schlappen sind wie immer schick. Also von daher, das sollte passen. Ja, Biste Ton und Ton ist gut. Dankeschön, Alfred. Das ist eine wichtige Info. Ihr wisst ja, das ist immer so ein kleiner Struggle, wie die jungen Leute ja immer so sagen. Christian, Völkeller noch nachgekommen, Christian, E-Mobilitätsberater ist auch da, habe ich auch vergessen zu begrüßen, E-Bonus, AT. Also wir sind schon ein paar Leute. Wir sind immer 88 Mann, die auf den Beginn der Pressekonferenz warten. Es sind jetzt noch sieben Minuten, Leute. Also ich habe extra, ich hatte eigentlich 7.55 Uhr angesetzt für den Start. Dann habe ich aber festgestellt, die haben scheinbar verschoben oder ich habe mich vertan. Ähm, ah, jetzt zieht mich der Roland auch. Das passt also. Bin nur wegen Gesappel hier, sagt der Geri Wien. Nicht wegen der Pressekonferenzen. Das ist doch das Hauptthema. Ich ärgere mich auch so wegen dem, ja, ist natürlich, der Coronavirus ist halt schlimm für die Menschen, die jetzt betroffen sind und natürlich auch insgesamt, dass es eine richtige Pandemie wird und so weiter und so fort. Aber natürlich ist es trotzdem ärgerlich, dass ich nicht nach Genf fahren konnte, weil ich hätte da schon gern zwei Tage mal ein paar Elektroautos mir vor Ort angeschaut. Also wie gesagt, der Iways U5 steht auch heute nahe Stuttgart und es stünde dort auch für eine Probefahrt, ja, im Industriegebiet zur Verfügung, aber solche Probefahrten, also so eine ähnliche Probefahrt, habe ich ja mit dem Mercedes EQC in München gemacht und das bringt einfach nichts. Das macht keinen Sinn, wenn, dann muss man schon mal drei, vier Stunden mindestens mit dem Auto haben, um sich das auch vernünftig anzuschauen und auch ein paar Runden drehen zu können. So, Hyundai verkürzt bestimmt nur die Wartungsintervalle, sagt der Marc. Also er wartet sich jetzt von dem, von der Pressekonferenz von Hyundai um 12 Uhr, 11.45 Uhr ist die. Erwartet er sich also nicht so viel Neues. Würde gern mehr von Enyaq sehen. Enyaq haben die heute auch eine Pressekonferenz. Mal schauen. Der Hersteller sagt mir jetzt auch erst mal nichts, aber wenn ich das hier richtig sehe, kein Enyaq. Hier ist auch sowas wie Vega, kenne ich überhaupt nicht. Also es kann auch sein, dass ich wesentliche Hersteller übersehe bei den Pressekonferenzen. Also es ist auch zum Ablauf heute. Es wird also zu jeder Pressekonferenz einen eigenen Stream geben, damit, wenn jemand den VW-Stream sehen will, also die VW-Pressekonferenz zum Beispiel, er nicht, ja, den ganzen Stream sich anschauen muss. Also es gibt jetzt nicht einen durchgängigen Stream, sondern es gibt für jede Pressekonferenz einen eigenen. Es ist eine Pandemie, sagt der Joe. Ich weiß nicht, wie eine Definition von einer Pandemie aussieht, aber ja, mag sein, dass es jetzt schon eine ist. Ich hoffe halt, dass es noch keine ist. Das wird bestimmt noch mal verschoben, sagt der Joe. Dieter Brugger ist nachgekommen. Guten Morgen, da wäre Marx es auch da. Ach so, das habe ich ja vorgelesen. Wer mag es, will ja mehr von Eniag oder Eniag sehen, wie auch immer das ausgesprochen wird. Kommt es mir so vor oder ist der e-tron bei allen YouTubern im Augenblick mehr als präsent? Ja, das Auto ist halt gerade verfügbar, ne, und es kommt dir wahrscheinlich auch nur so ein bisschen so vor, weil zum Beispiel der Daniel von der Blauzahn macht im Moment viel über den e-tron. Da wollen wir ja auch so eine kleine Vergleichsfahrt machen. Der Daniel und ich werden heute Abend auch noch mal telefonieren. Das heißt also e-tron gegen oder mit zusammen mit dem Hyundai Kona Elektro, welches Elektroauto am effizientesten hier ist. Nele ist auch da. Guten Morgen. So, wir gucken mal weiter runter. Der Blauzahn ist ja nicht alle, sagt der Marc. Genauso sehe ich es auch. Ist ja auch ein gutes Auto, nur halt nicht für jeden erschwinglich. Genau, der Preis ist immer noch das Problem. So, der Bernd Brun ist noch nachgekommen. Moin Bernd, Kona, den ich seit genau einem Jahr fahre. Moin Moin, aus Schleswig-Holstein, von Bernd mit dem Kona, den ich seit einem, genau einem Jahr fahre. Herzlichen Glückwunsch zum tollen Elektroauto. Ich gucke jetzt aber auch mal, dass wir irgendwas verpassen. 8.12 Uhr, noch drei Minuten. Michi, Iways macht morgen extra einen Testdrive-Day. Kannst dich anmelden. Kannst du da mal einen Link hier posten, Joachim? Weil davon habe ich jetzt keine Information, dass morgen, also ich weiß, dass heute um 10, also zwischen 10 und 11, Pressevertreter nahe Stuttgart das Auto im Industriegebiet mal Probe fahren können. Nur da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, das ist eine Stunde, das sind mehrere Pressevertreter sicherlich, da kannst du mal 10 Minuten um den Block fahren und das im Industriegebiet und das ist halt für mich kein Mehrwert. Ja, Jo in Stuttgart, genau, aber das ist heute nach meinem Kenntnisstand und halt wie gesagt nur zwischen 10 und 11. Wenn ihr da mehr Infos habt, also ich habe ja auch eine Mail von Iways gekriegt über diesen Livestream, den die heute auch natürlich machen von der Pressekonferenz. Da habe ich aber noch nicht reingeschaut. Guten Morgen, Taycaner, Taycaner ist auch da, direkt vom Band des Porsche Taycan. Hat er hier das Smartphone scheinbar laufen. Große Familien warten auf den EQV, ja, da warte ich auch drauf, weil das wäre ein interessantes Auto. Auch unter Umständen als Reisefahrzeug, wenn man den zu so einem, ja, zu so einem kleinen Camper umbaut. Entschuldigung, das ist heute Morgen der Kaffee. Dann ist das auf jeden Fall ein interessantes Auto. Mal die Lichttechnik regulieren. Bisschen heller, so ist besser, oder? Also ihr seht, ich reguliere heute das Licht über die Jalousie. So, wo sind wir denn? Der neue Smiley gefällt mir richtig gut, sagt der Marcelinho. Der Marc, das freut mich zu hören. Wir haben nämlich jetzt 50 Kanalmitglieder geknackt und damit konnte ich einen weiteren Smiley hinzufügen. Das ist natürlich auch für den Kanal und für mich eine Riesengeschichte und für die Kanalmitglieder auch. Wir haben einen weiteren blauen Smiley, das ist jetzt schon der zweite. Das ist eigentlich die wichtigste Nachricht des Tages, noch wichtiger als die Pressekonferenzen und auch als die Pressekonferenz von BMW. Ah, der Taikana hat Spätschicht. Deshalb ist er hier. Ja, warte mal, wenn du Spätschicht hast, warum bist du denn schon wach? Dann müsstest du doch jetzt eigentlich knacken, oder? Was ist eigentlich mit Zion los? Fragt der Bernd. Ja, die haben auch ein paar Infos von einer Woche ungefähr wieder rausgeschickt, was momentan so läuft und dass sie, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, was die Info genau war, hat mir ein Zuschauer geschickt. Aber Sono Modus ist jetzt im Moment zumindest aktuell kein Thema für mich, interessiert mich also weniger, weil ich ja da ein bisschen skeptisch bin. Da will ich mal abwarten, wie es in den nächsten Monaten weitergeht. Drive Ionic ist auch nachgekommen. So, jetzt ist es aber auch schon 8.14 Uhr. Ich aktualisiere mal das Browserfenster von der GIMS World Premiere. Mal auf A, okay. Ist hier schon was? Ne, ist noch nichts. Also, im Moment noch nichts, aber gut, dass wir aktualisiert haben. Ich aktualisiere gerade nochmal, dass wir hier was verpassen. 8.15 Uhr ist es jetzt. Müsste es ja eigentlich losgehen. Hm. Also, wir sind zumindest schon mal live. Ihr müsst mir dann auch bitte gleich mal sagen, ob der Ton halbwegs passt. Wir verpassen jetzt also nichts. Der Player läuft. Ja, Player läuft. Das sollte also hoffentlich funktionieren. So, ich bin also ganz gespannt, wie das jetzt wird und ob das auch auf Deutsch ist. Das wird wahrscheinlich auf Englisch sein. Also, müssen wir dann mal gucken. Ich hoffe, ihr könnt alle Englisch. Oh, es tut sich was. Jetzt haben wir schon mal den BMW. E, na, oh. Hi everyone. Welcome to Munich. We are right now here at the BMW Group Design Studio, where some of the best automobile innovations were born. And I'm so excited to be here, because BMW has some great news for you, including the launch of the new BMW Concept i4. And I'm lucky to be here to meet the creative masterminds who designed the concept. So, let's see how it starts. Jetzt geht sie zu dem Kopf dessen, also dem mastermind, dem i4. Nice to see you. Die Anne offensichtlich. You are in charge of the exterior design, right? Can you tell us a little bit more, what do you keep in mind when designing electric cars? We keep in mind our strong heritage. Also, we are focusing on our icons, but we are always bringing them into the future and develop them further. For this car, it was also important to have aerodynamic features. You can see here, in this area, we have this big diffuser, which makes the car very sporty and also very wide. Great, yeah. And it's lightened up with a blue color, the blue color from the iBrand, which you can also find on the side elements and in the front. Thank you very much. That's great. And talking about colors and materials. Das war's? Feelsam. Okay. Can you tell me, what do you have here? Sure, this is the collection of materials we used for the car. So, for example, we wanted to create a super modern, but warm exterior lacquer. So, we developed this frozen light copper. Very nice. And the design of the interior is very minimalistic. So, we wanted to use some light materials. This, for example, is the microfiber, which we used for the seat, with this graphical pattern. And we combine it with some natural leather, and we wanted to also bring in this luxury aspect, as you can see, in this very nice warm golden accents. And this is all the areas where you would interact with. And we were also able to reduce all the switches and buttons from the dashboard. And we were able to do this with our new, brand new curved display. Great. Thanks very much. A curved display, also a curved display. Sounds interesting. I think you know a little bit about it. Yes. Can you tell me something? Yeah. Yes. We present with a BMW i4 concept for the first time, the integration of a curved display, with a completely new user interface design, based on different experience mode. For example, the core experience mode is for me, it's the best balance between elegance and sportness. But it's also a great harmony between the digital content, and the whole interior of the car. Very nice. The user interface goes beyond the limit of the screen. So light and sound are also part of the global user experience we propose inside the car. Okay, Olivier. And what does it look like when all of this comes together? Oh, jetzt sehen wir das Auto. Wir sehen das Auto. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Kamerawechsel. Ja, ei, ei, ei. Ja, ei, ei, ei. Oh, jetzt sehen wir ja watercolor. Oh, jetzt sehen wir ja, hier laatst. War das jetzt ein 3er Elektro? Jetzt geht's los. Jetzt sehen wir das Auto. Garantiert. Wir wollen unsere Atmos-empathie für alle die directly und indiretlich affecteden in der Welt. Und in diesen wirklich schwierigen Zeiten, wir alle hoffen, dass das Virus bald wird, und wir können alle zurückkommen zu unseren Lebensmitteln. Even though wir nicht in Geneva couldn't meet, wir fühlten, dass es wichtig ist, um alle ein Update zu geben, was neu ist in der BMW Group. Und auch um die vielen Menschen zu bezahlen, die unsere neuen Produkte und ihre Präsentation haben. Und das ist deshalb, dass wir hier, am sehr hart des BMW Group Designs, für die Weltpremiere für einen sehr speziellen Konzept-Kar. At the BMW Group, we believe in the power of choice and electromobility is an important part of that. Technologie Offenheit. And that is why we are launching many new electrified vehicles over the next few years. The brand new Mini Electric is already in high demand with more than 120,000 wretched interests and close to 7,000 order intakes. This proves it is the perfect car for urban areas. This year we will also launch all electric BMW iX3, our first pure electric sports activity vehicle, and the trailblazer for our all-new 5th generation BMW eDrive technology. We will also be launching further plug-in hybrids during the course of 2020. For example, the new BMW X1 plug-in hybrid and the BMW X2 and the electrified BMW 3 Series Touring will be attractive additions to our wide range. Hybrid is not my thing, I'm going to say I'm going to say. Already today, we have over half a million BMW Group electrified vehicles on the road and we intend to double this number by the end of next year. And more fully electric vehicles will be coming next year. The BMW iNext and the BMW i4. Today we want to give you a glimpse of the BMW i4. The BMW i4. I thought the car would be really shown. Are these all just promo videos from BMW? Okay. It's just also improvisational. Ah, the E30. I'm going to remember. Zungbach. Oh, heck. Oh, heck. Oh, heck. Ja, schon recht futuristisch. Aber gut, es ist ja auch erstmal nur eine Studie. Aber ich finde jetzt erstmal durchaus gelungenes Design. Da ist er in echt. Das ist eher Fünfer Niveau, würde ich mal sagen. Ladies and gentlemen, the Concept i4. This four-door BMW Grand Coupé is fully electric and just as fascinating as fast as it looks. It is also suited to long distances with an electric range of up to 600 kilometers, according to WLTP. Powered by our fifth generation BMW E-Drive technology, it has a very slim battery with optimum energy density. And moreover, the development and production of the E-Drive is done in-house as well as battery cell research. The E-Drive offers a thrilling peak performance of up to 530 horsepower. And we will not use any rare earth in the electric motor as well. Keine seltenen Erden. All of this shows that we are fully committed to climate protection. And I can assure you and our customers, we will fulfill the tough European CO2 regulations for 2020 and also 2021. This year alone, we will reduce our European fleet target by around 20%. And I can promise you, our customers will never have to compromise between driving pleasure and sustainable mobility. Every BMW will drive like a true BMW. The BMW i4 will definitely be proof of that. The cooler grill doesn't work. We will build this great car right here in Munich. And I can tell you this. The design you see here is quite close to the actual serious car coming next year. And now, Adrian von Heudank, our famous head of BMW Group Design, will give you all the details. Thank you. Die Front geht gar nicht. Hello everyone. Hello everyone here in Munich and watching around the world. Die Front gefällt euch auch nicht offensichtlich. With BMW i, we have pioneered a new type of mobility and created a new and cleaner form language fitting to zero emission mobility. Now, with concept i4, that zero emission mobility hits the core of the BMW brand. The i4 design is strong, sexy and modern. The vertical grill and very slim headlamps give the car a strong and confident look. The silhouette is extremely elegant and dynamic. It is hard to believe that there is actually a battery underneath the floor. The body side is clean and crisp. Only one defining line and well integrated door handles. The design of the wheels is lightweight and aerodynamic to improve the car's efficiency. And in the rear, we have very slim tail lamps and a diffuser that improves aerodynamics and could become a new and iconic element across our vehicle range. Now, in the interior, we have some really big news. We have reinterpreted the BMW typical cockpit layout in a very clean and modern way. You now find a curved touchscreen enveloping the driver. Combined with our head of display technology and our natural interaction user interface, it brings BMW driver orientation into the digital age. As you know, BMW is all about a highly emotional driving experience. And an important part of that is sound, giving the driver direct feedback to his or her inputs. BMW design is cooperating with Hans Zimmer to create some truly iconic and modern soundtracks for our people. Hans Zimmer is well known for his film music and as a multiple Grammy and Academy Award winner. He is a great source of inspiration for us at this crucial moment in time, in which mobility is redefined. So now, let's watch a short movie and hear what the future sounds like. Jetzt kriegen wir mal einen Klims, also einen Eindruck von den Sounds. So, with all of this, the Concept i4 is giving you a very good idea of what you can expect from us in the near future. And that, Oliver, is what we really wanted to show the audience today. Thank you, Adrian. It looks great and I'm really looking forward to the BMW i4 series vehicle. Thank you everyone for joining us this morning and we hope to see you very soon. Thank you and goodbye. Oh, here Fistbomb. Der wäre aber beinahe schief gegangen, der Fistbomb. Okay. Also, ähm. Lass das jetzt nochmal im Hintergrund ein bisschen weiter laufen. Oder ist es jetzt automatisch rum? Ja, es ist sowieso rum. Also Leute, sagt ihr mal, was ihr vom i4 haltet. Also die technischen Daten sind in meinen Augen auf jeden Fall schon mal super. Ich sehe gerade der Flyserver hat auch eine Fistbomb zurückgeschickt. Ich muss mal wieder ein bisschen Rollhabe runter machen. Sonst glänzt meine Stirn so und ihr denkt, ich hätte eine Glatze. Das muss ja nicht sein. Also ich muss sagen, das Design grundsätzlich gefällt mir echt gut. Nimmt man die Front weg. Also die Front einfach wegdenken. Da muss man sich einfach eine große Leere hindenken. Statt dieses, ja in meinen Augen, oh. Völlig, also beim Siebener BMW fand ich das schon richtig schrecklich. Und auch in der Community, also in der BMW Community, ähm, hat das auch nicht viel Anklang gefunden. Dieses riesige, ähm, Nierendesign. Das gefällt den meisten Leuten, glaube ich, nicht. Und das, was jetzt hier im i4 ist, das ist ja nochmal extremer. Also damit kriegst du mich überhaupt nicht. Jetzt gucke ich aber mal, was ihr sagt. Wie gesagt, die technischen Daten finde ich sehr beeindruckend. 600 Kilometer WLTP, Reichweite. Es ist nur die Frage, wie groß ist der Akku. Auch haben sie gesagt, dass sie eine sehr kompakte, ähm, äh, Batterie verbauen werden. Also mit einem hohen Energiegehalt pro Kilogramm sicherlich. Jetzt gucken wir mal, was ihr schreibt. Sounds von Java, ein Sparabo. Ja, also die Sounds, die sind mir auch, da habe ich jetzt, gut, man hat den Hans Zimmer engagiert, das war bestimmt teuer, aber da hätte man auch aus einem, ja, ich will auch nicht alles kritisieren. Nein, man hat sich Mühe gegeben. Aber ich will ja am liebsten gar keine Sounds im Auto, muss ich ehrlich zugeben. Elektro wäre gut, schreibt der Christian so, wir zippse bald zu tippse. Schreibt der Max, sehr schönes Wortspiel. Äh, auf den Preis bin ich mal gespannt. Ja, Orange Blatt, da bin ich auch sehr drauf gespannt. Wird sicherlich unterschiedliche, ähm, Ausführungen geben, mit weniger Leistung, wahrscheinlich mit Heckantrieb oder mit Allrad. Mit einem kleinen Akku, mit einem großen Akku, mit einem mittleren Akku, die werden es genauso machen, wie es VW macht. Na, zum Glück ist man dafür nicht nach Genf gefahren. Ja, Stefanie, also für die Präsentation und für das Auto, der stand ja auch schon auf der IAA, ähm, der einen Next zumindest. Ich weiß nicht, ob die, also der sah zumindest ähnlich aus, wie jetzt der i4 oder i4. Sehe ich keinen großen Unterschied. So, wir gucken mal weiter. Preis ab 50.000, schreibt der E-Power. Das glaube ich nicht, ich glaube, der wird teurer. Also, ich, ich habe den Verdacht, der wird teurer. Ähm, äh, wieder ein Auto, das ich nicht gern meinen tauschen würde. Sehr gut, sagt der Andreas. Also, der will seinen, ähm, seinen E-Niro nicht tauschen. Ich hatte letzten Monat noch einen E30. Was hast du damit gemacht, Christian? Ich hoffe, den hast du nicht verkauft. Chris, die Hande, den musst du aufheben. Wenn es so ein 325i mit M-Technik-Sportpaket wäre, dann wäre es ja noch, äh, noch schlimmer, den wegzugeben. Äh, Handshake fand ich jetzt wieder geil. Ja, es war schon ein bisschen missglückt, ne? Fistbump-Fehlen nennt man das, glaube ich. Das haben wir für euch irgendwann die nächsten Jahre, ja? Also, der Nikolas ist nicht sonderlich begeistert, so wie es aussieht. Ich finde die Front gut, schreibt der Erich. Der Erich findet die Front gut. Nein, Erich, Geschmackssache. Ganz klar, wenn dir das gefällt, kann ich nachvollziehen. Aber ich gebe ehrlich zu, mich haut es nicht um. Ich bin da halt eher, ja, ich fand halt, der E30 war ein wunderschöner BMW. Der E46 Coupé, also das E46 Coupé, wunderschönes Auto. E92 Coupé, auch sehr schönes Auto. Ähm, ja, das sind halt mehr so meine Autos. Und dann wird es schon dünn. Also beim Vierer F32, den hatte ich ja selbst, war ein schickes Auto, aber das Heck zum Beispiel hätte ich auch anders gestaltet. Ähm, also jetzt, vom Heck und von der Seite gefällt mir der i4 gut, aber von vorne halt nicht so. Innenraum finde ich wieder spitze. Der Christian vermutet 250.000 Euro plus. Naja, für die absolute Spitzenversion kann das schon sein. So, ich scrolle mal weiter runter. Sieht so aus wie immer. Und die Zielgruppe ist nun mal der 7er BMW Fahrer. Sagt der E-Bonus. Ja, aber es ist eher so Vierer Grand Coupé, Fünfer Limousine, Größe schätze ich mal. Ja, und aber die Autos sind halt auch brutal teuer. Der E-Mobilitätsberater sagt, sieht hübsch aus, aber die Front und warum muss man so einen Sound machen? Muss man halt auch erst mal abwarten, Manfred, wie das dann in der Realität aussieht, wie sich das tatsächlich anhört und wo und wann dieser Sound auch kommt. Ich bräuchte den Sound jetzt nicht unbedingt. Das erste, was ich mache, wenn ich in den Kona einschalte, ich schalte dieses Fes aus, weil mir das auf die Nerven geht. Der wird dann halb so teuer wie ein Taikan, sagt der Vollkeller. Ja, das darf, ja, ein bisschen. Ich glaube, wird er bei 55 losgehen, das wäre jetzt so mein Tipp. Er kommt dann 2035, das muss man auch mal abwarten, aber zumindest haben sie daran festgehalten, dass der iX3, dass der wirklich kommt und zwar diesen Sommer, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, auf jeden Fall dieses Jahr und das wird ja auch ein sehr interessantes Auto sicherlich für die SUV-Fans unter euch. So, ich scroll nochmal weiter und nachher kommt Skoda, genau, ich gucke jetzt nochmal, was ihr noch sagt und werde dann nochmal meine Gedanken zusammenfassen. Rick, BMW E30 M3 Best Ever, das fühle ich. Wobei die Dinger sind, also so ein M3 kann mit einem Kona unter Umständen mit dem großen, mit der großen Maschine kaum mithalten, obwohl er 200, ähm, die, sag ich, mit 218 PS, mit 236 PS, die M3, äh, Johnny Chicoto Version, war ja ein Vierzylinder, 2,3 Liter, ähm, also die ziehen, die Wurst nicht vom Brot im Vergleich zu heutigen Autos, ne, das muss man auch ganz klar sagen. Was liegt auf dem Stuhl heute nicht? Serin, die ist auch nachgekommen, guten Morgen, Firefox schreibt, BMW scheint sich nur noch über ihre Niere zu definieren, so sehe ich es auch, die haben ziemlich nachgelassen, mir gefällt, dass es kein SUV ist, äh, SUV ist. Ja, sehe ich auch so tendenziell, so wie du, Firefox, äh, das Design spricht mich jetzt nicht, also die Front spricht mich nicht an. Seite, Heck, Innenraum, Daumen hoch, Technik, Leistung, vermutlich Daumen hoch, Preis, vermutlich mal eher, so die Richtung, aber so ein Auto kostet dann halt, und, ähm, ich mache jetzt noch ganz kurz, noch ein, zwei Blicke in den Chat, und, ähm, dann werde ich den Stream für Skoda vorbereiten, äh, ein Seitenschneider schaltet das fest auch aus, sagt er bläht, der Uwe schreibt, eigentlich ist es doch völlig egal, wie eine Fortbewegungsmittel aussieht, Interessant ist jemand, wie eine Straßenbahn aussieht, ähm, okay, weißt du, damit jetzt, da ist wahrscheinlich Autokorrektur ein bisschen, hat reingespielt, hast du die Auspuffattrappen gesehen? Ne, das waren ja, glaube ich, also ich habe jetzt hinten nur die Schürze gesehen, also diesen, diesen Diffusor, das war jetzt keine Attrappe für den Auspuff, wenn ich es richtig gesehen habe, sondern da geht es um, ähm, die, äh, den, den Track, also den Windwiderstand, und durch den Diffusor wird er dann wohl nochmal verringert, und damit auch, ähm, äh, der Verbrauch wahrscheinlich, verringert, und die Reichweite erhöht, der, dem Simon gefällt, ähm, das Design, der sagt, die Front ist geil, gut, ist es halt, wie gesagt, Geschmackssache, BMW wird damit polarisieren, sie haben auch damals mit dem E90 stark polarisiert, und er wurde nachher, gerade der Fünfer, ja, der Fünfer war, boah, ich weiß jetzt nicht mehr, welche interne, ähm, Seriennummer der hatte, der Vorvorgänger vom jetzigen, der hat sehr stark polarisiert, so, ähm, was haben wir noch, ich finde es wichtig, dass die Hersteller ihrem Design treu bleiben, wer eine CW-Kugel haben will, soll einen Tesla nehmen, also der Fuel begrüßt wahrscheinlich dann auch eher dieses mutige Design von BMW, ich nenne es mal mutig, und Heiner Petra schreibt, mich interessieren nur die Autos, die man auch kaufen kann, ja, das wird hoffentlich bald kommen, okay, also meine Zusammenfassung zu der Pressekonferenz von BMW, wieder ein bisschen viel Marketing, aber auch mal interessant, die Leute hinter dem Auto zu sehen, man hat ja ein paar, ähm, Verantwortliche für Außendesign, für Innendesign, für, ähm, Technik, äh, und auch dann, ähm, den Herrn Zirpse, der, oder Zipse, der halt auch wieder, ja, die Technologieoffenheit, ähm, propagiert, was ich auch nachvollziehen kann, vielleicht, er weist sich das als die goldrichtige, Mitte und die richtige Vorgehensweise, und was den i4 jetzt angeht, Außendesign bis auf Front, gefällt mir gut das Auto, technische Daten mit 600 Kilometer Reichweite, nach WLTP wohlgemerkt, also da kommt schon ein Fender Akku sicherlich rein, und ich meine, bis zu 530 PS gelesen zu haben, also es wird auch eine echte Rakete, das wird also, ähm, mit Tesla sicherlich mithalten können, das Auto in der Spitzenausführung, Innenraumdesign finde ich top, Gestaltung von den Displays, auch mit dem Curved Design, gefällt mir super, weil ich mag es, wenn ein Cockpit zum Fahrer hin geneigt ist, das war bei BMW auch immer eigentlich ein Markenmerkmal, und, ähm, ich muss also ganz klar sagen, in der Tendenz gefällt mir das Auto gut, technischen Daten gut, Preis muss man abwarten, aber ich freue mich auf den e4. Gut, das soll das Fazit für den jetzigen Stream gewesen sein, ich, äh, hoffe, wir sehen uns dann gleich bei Skoda wieder, wir gucken gerade mal, wann es da weiter geht, also Skoda um 8.50, dann sollte mein Stream um 8.45, also in 6 Minuten online gehen, hoffen wir mal, dass ich das hinbekomme, ich will mir auch zwischendrin noch einen Kaffee nochmal holen, ins Boden, weil der erste ist schon leer her, okay, wir sehen uns hoffentlich gleich, bis gleich beim Skoda Stream, ne, auch wieder auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal.